. Fahl dich nicht so. Fahl dich nicht so! Komm her! Komm her, Sergei. Wer blieb denn da von links heran? Ich wusste nicht, dass der Karate kann. Und was mich auch noch irritiert, der hat Psychologie studiert. So, Robin, Buch oder Konsole? Gausteins Buch! What? Ein echtes Monster von der Mentalität her. Seine Karriere begann ein bisschen später. Ne deutsche Mutter und ein Holländer als Vater. Und in Italien wurde er zum sein Endstarter. Gausteins, der Reste Robin, sein Robin Hood. Den findet sogar der Batman gut. Die neue Keule bei Eisern und Jung. Der fliegt im Dörf von links heran. Ich wusste nicht, dass der Karate kam. Der Typ ist Hammer, ein echter harter Kämpfer. Nur immer wieder mit dem glitzekleinen Dämpfer. Der Reste Robin, sein Robin Hood. Den findet sogar der Batman gut. Die neue Keule bei Eisern und Jung. Hey Robin, wie fängst du deinen Song? Yes! Mehr als einer ist mir da auf jeden Fall abgegangen. Gausteins. So Robin, das war dein großen Song. Und jetzt die nächste Challenge. Nenne mir innerhalb von fünf Sekunden die drei Dinge, die du am liebsten magst. Los! Wumms abonnieren, noch ein cooler Song von Dennis und Jesko und was geiles von Funk. Ja, das war ja riesig! Ich hab übrigens auch schon einen Wummson gekriegt, gell? Ja, ja, leck mich. Ich hab ja auch schon einen Reste. Ich hab ja auch nicht. Ja, das war ja gar nicht.